Willkommen zurück. Wir wollten noch mal hier schauen, ob wir irgendwie aufs Schiff kommen oder zumindest... Hey, hey, hey. Immer langsam. Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Ah, okay. Ja. Äh... Ja, die Botschaft haben wir leider noch nicht. Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe? Ja. Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Nein, nicht direkt rausschmeißen. Komm. Hey, hey, hey. So, so. Äh, ich hab ne Schüssel Zucker. Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Was? Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen oder es versuchen. Und dafür braucht der Zucker. Mach dich vom Acker. Komm, noch ne Chance. Hey, hey, ich mach so, so. Äh, ja, die Botschaft. Ich bringe eine Botschaft von Aarauken. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Ach, verdammt. Mann, und über das Boot hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Und wir haben keinen Raben zum Reinschicken da. Dann können wir was reinwerfen. Ein Messer. Unerreichbar. Ja. Das ist auch eine ziemlich doofe Idee. Und den Enderhaken haben wir ja auch nicht mehr. Ach, können wir das wieder heil machen vielleicht? Loch bleibt Loch. Okay, das hast du gesagt. Mann, warum können wir den Nuri nicht mitnehmen? Wir brauchen einfach nur Nuri im Badehaus. Da bin ich mir so sicher. Können wir vielleicht mit Nuri kurzen? Nein, nicht mit Fährmann. Okay. Mach es gut. Oder sollen wir ihm jetzt schon mal den Schnaps geben? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Ja, das Prisma-Ding. Sag mal, Nuri. Bin gleich zu... Hm. Warum kommt Nuri nicht mit? Sie werden mir so eine große Hilfe. Kann ich hier die Plane kaputt machen? Damit Nuri herkommt und sie wieder ganz vermachen? Verdammt. Aber mit dem Messer hatten wir es, ne? Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Ich bin verschwunden wieder. Mach das nochmal kaputt. Ich will einfach nur, dass Nuri nochmal herkommt. Ach, wir können es nicht, weil es ausgegraut ist. Verdammt. Nuri. Kann man ja irgendwas geben? Will sie irgendwas haben? Was wir haben? Eine lustige Hasenstatue? Glaubst du, dieses Monster hat ihn versteinert? Offenbar macht jemand ein gutes Geschäft damit. Nuri spielt damit nur rum. Was ist das? Ein Fischernetz. Warum sehe ich mich und nicht dich? Weil es ein Spiegel ist. Ach, das hatten wir schon. Der Fisch hier? Warum fliegt er nicht weg? Weil er keine Flügel hat. Quallen haben auch keine Flügel. Deswegen können Quallen ebenfalls nicht fliegen. Genau. Behalt das ruhig. Mist. Ich zeige ihr die Aufzeichnungen zu diesem Feentor besser nicht. Wer weiß, wie sie reagiert. Brauche ich noch. Nuri spielt damit nur rum. Okay. Feuer, Wasser. Ja, ja, ja. Wasser? Nein. Ich habe entschieden, die Fee nicht zu töten. Und dabei bleibt es. Okay. Alles klar. Hm. Ja, hiermit machen wir auch nicht mehr wirklich was. Also ich hänge gerade echt ein bisschen fest. Muss ich sagen. Weil ich habe das Gefühl, dass das die richtige Idee ist, die ich habe mit dem Badehaus und mich da sogar noch richtig dran erinnere. Aber ich darf es halt alles nicht machen. Das ist halt ärgerlich. Vielleicht kann ich noch mal mit denen reden. Ich habe ein paar Fragen. Das auch. Irgendwas Neues passiert? Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Sveld ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Roushat Narosch? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen. Das weiß ich. Okay. Das war schon alles. Können wir jetzt irgendwie Nuri ranholen? Haben wir jetzt was getriggert? Nee, ne? Verdammt. Na? Huch. Wer hatte da denn sein Handy nicht auf lautlos in der Aufnahme? Ich war's nicht. Looking at you. Da sagt sie nix zu, ne? Du weißt also. Keiner. Aber du hast. Dann lass ich. Nix Neues. Können wir mit ihm nochmal reden? Was gibt es, Landratte? Nix. Bis später. Okay. Wir probieren nochmal mit Nuri zu sprechen vielleicht. Nuri. Kommst du bitte mal mit? Sag mal, Nuri. Ja. Manchmal ist es so umständlich, ne? Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ähm, ja, ja. Ja, okay. Manchmal hängt es echt an so Kleinigkeiten, ne? Oh, sie wartet dort tatsächlich mit ihm. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe alles vergessen. I can't. Ist so funny. Sag mal, Nuri. Jetzt sitzt sie da mit ihm im Wasser. Bin gleich zurück. Tja, dann probieren wir es nochmal. Ich habe ein paar Fragen. Das auch. So. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Roushat Narosch? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen. Das weiß ich. Das war schon alles. Dann vielleicht jetzt den Spiegel geben? Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Geh her! Was will denn die Schnäpfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! So, können wir jetzt die Nachricht klauen? Die Nachricht für diesen Harm. Ich werde ihn umbringen. Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Okay. Sag mal, Nuri. Ähm. Jetzt reicht es wieder. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Wunderbar. Okay. Äh. Hm? Geh jemand hier noch ein Handtuch? Weil dann geh ich jetzt. Okay. Ja, wunderbar. Und wie war das, Nuri? Hast du toll gemacht. Sag mal, Nuri. Achso. Können wir sie wieder reinschicken. Wollen wir aber nicht. Ja, okay. Nuri hat ihren Job wunderbar gemacht. Ach, wenn du gerade hier bist, dann mach doch mal bitte auf. Was? Vielleicht schaue ich besser wirklich nicht hin. Nuri. Okay. Gut. Wir haben die Nachricht, ne? Die Nachricht für diesen Harm. Natürlich in einer Geheimschrift verfasst. Ich dachte, wir könnten da noch was durchlesen. Schade. Ich bin gespannt, was dieser Harm für ein Kerl ist. Und was der vor allem will für das Prisma. Das gefällt mir alles nicht. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So, so. Und warum? Ich bringe eine Botschaft von Aarauken. Du? Zeig her. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch. Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Als ob... Welcher Profession geht der Ehrenwerte Harm nach? Welche Tiere schätzt der Ehrenwerte Harm am meisten? Welchen Wein trinkt der Ehrenwerte Harm am liebsten? Ähm... Also, was ist Harms Profession? Händler. Ach, oh Gott. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Scheiße. Sag A-Rauken. Er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Müssen wir das einfach richtig raten? Wie viel Versuche haben wir? So, Ehrenwerte Kaufmann. Dann nehmen wir jetzt die Wale. Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Oh, scheiße. Sag A-Rauken. Okay. Dann müssen wir das durch irgendwelche Sachen herausfinden, ne? Das andere sind auch Sachen, die über ihn gesagt wurden quasi. Ah, ich hatte das Gefühl, wir müssen nochmal zurück ins Badehaus. Schicken wir, weil es muss ja einen Grund geben, dass wir auch Nuri nochmal reinschicken können. Sag mal, Nuri. Kannst du dich bitte noch einmal mit dem Kerl im Badehaus unterhalten? Ach, keine Sorge. Ich mach das doch gern. Ich meinte nur... Ich liebe es zu baden. Immer wieder. Okay. So, sagt sie eigentlich was dazu? Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das war schon... Ich mein, Frösche könnte der natürlich auch mögen. Fingerchen weg, junger Mann. Na gut. Na, na, na. Die wollen ja nicht miteinander, also... Was gibt es, Landratte? Gibt nichts zu besprechen, ne? Ja, sag mal. Nuri auch nicht, ne? Außer, dass sie rausgeht. Bin gleich zu... Hm. Wie findet ihr denn meine Kraken-Mäuschnitzerei? Das klingt nicht auf. Jetzt nicht, Geron. Okay. Okay. Hölle dich wenigstens in ein Handtuch, wenn du rauskommst. Einen Fisch in die Wanne schmeißen? Wenn der Bursche dich belästigt, musst du es nur sagen, Kleine. Nein, das ist Geron. Der ist immer so. Können wir irgendwas kaputt machen? Das lasse ich lieber. Keine Zeit für Experimente. Ich wüsste aber auch nicht, warum. Das ist zu stabil. Das ist zu stabil. Ist noch was in dem Hohfeld dran? Hilf dir selbst, dann hilf dir Fex. Sie hat nichts gemerkt. Okay. So. Meint ihr, der draußen hat sonst vielleicht noch Antworten für uns? Der meinte doch, der weiß viel, oder? Der Jahre. Oh. Das ist nicht der Jahre. Da habe ich hinter den Jahre geklickt. Brauchst du was? Mehr über Harm, ja. Noch einmal zu Harm. Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Das klingt doch schon mal gut. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Roten Geron? Okay. Ja gut. Was ist Harms Profession? Na, die Leute schreien es doch durch alle Gassen. Er ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm. Okay. Eine andere Frage. Bis spät. Gib auf deine... Dann probieren wir das mal. Hey, hey, hey. Immer langsam. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein, Alp. Okay. Ja. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm. Okay. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Gar keiner. Er will nur Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Äh, Moneten? Kann A-Rauken nicht mal seine Booten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Von wem soll ich das lernen? Fährmann? Fährmann? Hm? Hm. Hm. Mach es gut. Hm. Hm. Von unserem liebsten Jahre hier? Brauchst du was? Ah. Kennst du dich auch mit der Schmugglersprache aus? Ja, sicher. Kannst du mir ein paar Wörter beibringen? Hm. Warum nicht? Aber du musst vorher eine Kleinigkeit für mich erleben. Natürlich. Eine Hand wäscht die andere und das nicht nur im Badehaus. Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätselkopf Schmerzen. Haaren und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Den haben wir doch schon entdeckt, oder? Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment. Das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben. Das haben wir schon erledigt. Wie die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Diese Schnitzerei will ich haben. Ah, wie schön. Was willst du eigentlich mit dieser Schnitzerei? Das ist meine Sache. Du bringst sie mir einfach. Verstanden? Okay, viel Spaß damit. Ich habe deinen Umschlagplatz entdeckt. Meintest du diesen Krakenmolch? Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Bis später. Gib auf deinen Rücken acht. So, was steht denn da jetzt? Ähm, okay. Jetzt brauchen wir ein Zeichen für Geld, ne? Na, Feder, Schlüsse, Katze. Schnaps. Hier, Geld. Fische. Okay. Irgendwas Fischiges. Na gut. Und das letzte war der rote Geron, ne? Oder irgendwie sowas. Das klingt auf jeden Fall irgendwie wie unser Name. So. Hey, hey, hey. Ha, B. Ja, ja, ja. Entweder Kaufmann ist... Hm. Welche Tiere? So. Sind es Wale dann? Motten? Tiere aus Stein? Nein. Hä, aber es waren doch Fische, oder? Die da waren. Aber die beiden Antworten waren es ja gleich nicht, oder? Harm. Verziehe. Sag an. Hä? Bin ich blöd? Hab ich das Falsche geguckt? Aber ich... Hier ist doch... Oder ist das Geld weggeben? Ah, Motten gleich Geld. Hm, ich bin doof. Das andere ist quasi Geldübergabe. Hey, hey, hey. Harm muss beru... Okay. Das war mein Fehler. Harm. Welche Tiere? Harm liebt Motten. Viele Motten. Hehe. Sehr gut. Ja, genau. Letzte Frage. Welchen Wein trinkt der Ehrenwerte Harm am liebsten? Weiß man halt nicht, ob das stimmt hier nach. Vielleicht. Roten Geron? Verzieh dich. Sag an. Scheiße. Aber was könnte es denn dann sein? Brandwein? Ah, nee. Der hat ja hier den Fiebertraumschnaps. Das ist es doch bestimmt, oder? Harm muss beru also. Der stand doch bei ihm in deinem Lager. Harm ist ein. Hm. Welche Tiere? Harm. Hehe. Welchen Wein? Froschwein? Becher? B. Verzieh. Sag a. Ra. Was ist denn Froschwein? Ich muss dir da an den Frosch im Badehaus denken. Meanwhile, Nuri ist ja auch noch im Badehaus. Frosch-Skulptur. Fingerchen weg, junger Mann. Na? Hm. Hm. Noch einmal zu Harm. Weißt du, welchen Wein Harm am liebsten trinkt? Du stellst Fragen, Kind. Trinkt eigentlich immer nur Wasser, das Väterchen Harm. Okay. Welchem Gewerbe geht Harm eigentlich nach? Ist sehr ehrenwerter Kaufmann, das Väterchen Harm. Sehr ehrenwert. Okay. Hat Harm ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Ei, so etwas weiß gute Minka nicht. Okay. Eine andere Frage. Tschüss. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. So, er trinkt nichts. Weiß aber nicht, ob das die Antwort ist. Na ja, mal gucken. Vielleicht ist sie jetzt dazu gekommen. Hey, hey, hey. Hammer all. Ja, ja, ja. Ehrenwerter Kaufmann. Harm ist mh. We. Ja. Am liebsten mag er die Tiere trinkt. Nein, ich hab mich verklickt, weil ich so schnell überspringen wollte. Sorry. Harm ist mh. Welche T... Motten. Harm lieb... Welchen Wein? Wasser. Harm's liebster Wein ist klares Wasser. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Äh. Oh, ich hab nicht nachgeguckt. Kann A-Rauken nicht mal verschwinden? Ha. Ah, Wasser. Ah, Froschzor... Also doch... Hä, aber hab ich nicht eben Froschschnaps ausgewählt? Nee, ich hab Brandwein ausgewählt, ne? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Leute, was lange währt, wird endlich gut. Welches? Äh, Motten. Welchen Wein? Froschwein. Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja. Klarer Froschwein, klarer Kopf. Okay. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm. Die Nachricht ist wichtig. Ja. Zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Oh ja, der Dolch. Willst du wieder, wenn du rauskommst? Dann zieh mal blank die Taschen. Hehe. Okay. Der Harm. Mit seinem Froschwasser. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von A-Rauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Oh, das ist ein Kreuzverhör. A-Rauken schickt dich also? Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Ja, schon auch. Das ist schon ein bösen Ausschlag. Euer Hals, ehrenwerter Harm. Vielleicht solltet ihr etwas gegen die hässlichen Stremen unternehmen. So. Gut. Immerhin hast du Rückgrat. Anders als die restlichen Morastfresser in diesem verfluchten Sumpf. Keine Sorge. Meine Krankheit ist tödlich, aber nicht ansteckend. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Hab ihn verloren. Ich wurde bestohlen. Nee, ich lüge nicht. Welchen Anker? Wundervoll. A-Rauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Es war ausgemacht, dass unsere Booten einen Anker tragen. Davon weiß ich nichts. Also schön. Gib mir die Nachricht. Ha. Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen. Das Prisma gehört mir. Oh, das Prisma? Geron. Warum habe ich dich bei A-Rauken noch nie gesehen? Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache. Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung. Und es war deine letzte. Ich will halt nicht mehr so viel Lügen. Dein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen. Und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern. Aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling. Das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Okay. Ja. Wir lügen halt schon Nuri so viel an. Deswegen wollte ich jetzt nicht auch noch ihn. Aber naja. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Macht dich nützlich, obwohl meine Flasche aus der Anrichte. Okay, mach ich sofort. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft. Wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an A-Rauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hatte ein vorlautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Aber irgendwie schon ein lustiger Typ. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Wir sollen ihm ja irgendein Heilmüllchen bringen, ne? Oh ja. Also, wenn er sich da so kratzt, klingt das schon sehr schorfig. Kon käme dich. Ich kann euch jetzt weitere Ahmet gar nicht. Oder wie geht euch an? Ich kann mich einfach nabeln, auch wenn du da so kratzt, klingt das schon noch Nein. Ab Elise gehstvard!